Von Flensburg bis nach München, von Aachen nach Berlin, da fragen sich die Menschen, wo führt das alles hin? Mit Schengen oder Maastricht hat Mutti nichts am Hut, will nur noch mehr Migranten, der Bürger schäumt vor Wut. Das ist für unser Deutschland inzwischen höchste Zeit, sonst macht heimlich und leise die Scharia sich breit. Wer Kinder einduldet, Kahane akzeptiert, kann uns nicht mehr regieren, wenn er echt nix kapiert. Denn mit den Altparteien, da läuft hier alles schief, doch jetzt gibt's eine Lösung, die ist alternativ. Wir müssen jetzt was ändern, wie ich die Dinge seh. In Deutschland und Europa, da bläst ein frischer Wind, die blauen Patrioten, die kennt bald jedes Kind. Im Jahr 2017 sind einig, weh und stark und zieht für unser Deutschland ein in den Bundestag. Oh, denn mit den Altparteien, da läuft hier alles schief, doch jetzt gibt's eine Lösung, sie ist alternativ. Wir müssen jetzt was ändern, wie ich die Dinge seh. Es gibt nur eine Chance und die heißt AfD. Oh, denn mit den Altparteien, da läuft hier alles schief, doch jetzt gibt's eine Lösung, sie ist alternativ. Wir müssen jetzt was ändern, wie ich die Dinge seh. Es gibt nur eine Chance und die heißt AfD. Es gibt nur eine Chance und die heißt AfD.